Ja, also da bin ich wieder mit meinen Geschichten aus dem Kamishibai. Wir kommen heute zur fünften Folge unserer ganzen Reihe. Vielleicht habt ihr die vier Folgen auch schon angeguckt und ich hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß dabei. Das Märchen vom neunmal klugen Kaninchen. Viele Wochen lang hatte es nicht mehr geregnet und es war eine große Dürre im Land. Die Seen, die Bäche, die Flüsse, alles war ausgetrocknet und die Tiere litten großen Durst. Da beriefen sie eine Versammlung ein. Es kamen der Löwe, das Wildpferd, der Bär, der Pinguin, der Emu, der Fuchs, der Affe und auch das Kaninchen. Nach langer Beratung beschlossen die Tiere, einen Brunnen zu graben. Sie gruben und gruben und schwitzten und schwitzten. Nur ein Tier half nicht bei der Arbeit. Das war das Kaninchen. Es dachte, ach, die anderen können ruhig graben und schwitzen. Das ist nichts für mich. Ich bin etwas besseres. Aber als die Tiere merkten, dass das Kaninchen nicht mithelfen wollte, da wurden sie ärgerlich und sagten, Kaninchen, wenn du uns nicht hilfst, dann bekommst du auch kein Wasser zu trinken, nicht einen Tropfen. Pah, lachte das Kaninchen. Wetten, dass ich trinken werde, so viel wie ich nur will und wann immer es mir beliebt. Ach, die Tiere kümmerten sich nicht mehr um das Kaninchen. Und sie gruben und gruben und schwitzten und schwitzten. Habt ihr einmal an einem Strand im Sand, im trockenen Sand, gebuddelt, immer tiefer, dann werdet ihr vielleicht gemerkt haben, dass irgendwann der Sand sogar ein bisschen feucht wurde. Und wenn ihr Glück habt und noch weiter buddelt, dann kommt vielleicht sogar Wasser hervor. Und als unsere Tiere gegraben und gegraben haben, da hörten sie plötzlich von unten Wasser sprudeln. Und siehe da, sie hatten ein wunderbares Wasserloch. Die Tiere gingen ans Wasserloch und löschten sogleich ihren Durst. Und als sie den Durst gelöscht hatten, da gingen alle nach Hause. Aber denkt mal, als die Tiere am anderen Tag wieder an das Wasserloch zum Trinken kamen, da sahen sie doch die Spuren im Sand. Das war das Kaninchen, riefen sie alle. Also sowas, na warte, dir werden wir das Wasserloch noch versperren. Und sie beschlossen, nachts eine Wache aufzustellen. Und als es dunkel wurde, da sollte der Bär als erster die Wache halten. Der Bär blieb am Wasserloch sitzen und wartete und wartete. Das Kaninchen aber sah den Bären sofort und verschwand und dachte, na das muss ich listig anfangen. Sie haben den Bären als Wächter aufgestellt. Na warte! Und das Geninchen begann zu singen. Ein kleines Tanzliedchen. Ringel, Ringel, Reihen, schlingen wir fröhlich den Reigen. Ringel, Ringel, Reihen, ringsherum und eins, zwei, drei. Dem Bären gefiel das Liedchen und er dachte, wo kommt das Liedchen her? Also aus dem Wasser kommt es nicht. Und von oben kommt es auch nicht. Na dann kommt es sicher aus dem Wald. Und er ging nachsehen. In diesem Augenblick aber kam das Kaninchen, rannte zum Wasserloch, trank sich satt und ehe der Bär zurückkam, husch, war es schon wieder verschwunden. Der Bär hatte nichts gesehen und wartete bis zum Morgen. Am Morgen wollten die Tiere wieder an das Wasserloch gehen. Und was waren sie so empört, als sie das Kaninchen wieder sahen. Die Spuren waren doch nicht zu verkennen. Und sie sagten zum Bären, Bär, hast du nicht wirklich gewacht? Hast du vielleicht geschlafen? Nein, sagte der Bär, ich habe nicht geschlafen. Aber das Kaninchen habe ich nicht gesehen. Ach Bär, du bist ein schlechter Wächter, sagten die Tiere. Der Affe soll als nächstes wachen. Und als es dunkel wurde, da saß der Affe auf dem Baum und hielt Wache. Das Kaninchen, ach, es entdeckte ihn sofort. Und sogleich begann es wieder zu singen. Ringel, Ringel, Reihen, schlingen wir fröhlich den Reigen. Ringel, Ringel, Reihen, ringsherum und eins, zwei, drei. Oh, dachte der Affe, das ist aber ein hübsches Liedchen. Das kommt nicht aus dem Wasser, das kommt nicht vom Himmel. Und er sprang in das Gebüsch. Und ehe der Affe zurückkam, da kam das Kaninchen, trank sich satt. Und bevor der Affe zurückkam, war es schon wieder im Gebüsch verschwunden. Der Affe hatte das Kaninchen auch nicht gesehen. Aber am anderen Tag, da kamen die Tiere wieder. Und sie waren sehr wütend und sagten, das Kaninchen ist so schlau und listig, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen. Ah, sagte der Fuchs, ich habe eine Idee. Und im Stillen schleckte er sich schon sein Maul. Denn er hatte es schon lange auf das Kaninchen abgesehen. Lasst uns eine Pechpuppe bauen. Eine Puppe, die wir mit Pech bestreichen. Denn Pech ist klebrig. Und wenn das Kaninchen die Puppe berührt, dann wird es am Pech kleben bleiben. Und wir haben es gefangen. Die Tiere bauten eine Pechpuppe und stellten sie geradewegs an das Ufer. Als es Abend wurde, stand die Puppe redlos am Ufer. Das Kaninchen kam wieder hervor und sah sofort den Wächter. Und es begann auch sofort zu singen. Ringel, Ringel, Reihen, schlinge mir fröhlich den Reigen. Ringel, Ringel, Reihen, ringsherum und eins, zwei, drei. Oh, nichts rührte sich. Da dachte das Kaninchen, da muss ich wohl lauter singen. Und es begann lauter zu singen. Ringel, Ringel, Reihen, schlinge mir fröhlich den Reigen. Ringel, nichts rührte sich. Da sang es noch ein bisschen lauter. Ringel, Ringel, Reihen, ringsherum und eins, zwei, drei. Nichts rührte sich. Da wurde das Kaninchen wütend und kam näher und schrie die Puppe an. Mach, dass du wegkommst. Los, hau ab, damit ich trinken kann. Mach, dass du wegkommst. Los. Und es wurde so wütend, weil die Puppe sich nicht rührte, dass es doch geradewegs sie beiseite schieben wollte. Es griff die Puppe an und blieb hängen. So sehr es sich auch bemühte, es konnte sich nicht mehr von der Puppe befreien. Das Kaninchen war gefangen. Als die Tiere am anderen Tag kamen, da lachten sie. Na Kaninchen, jetzt haben wir dich ja wohl gefangen. Und sie führten das Kaninchen geradewegs vor den Löwen. Der machte ein finsteres Gesicht und das Kaninchen saß ganz klein und ängstlich da. Und der Löwe fragte die Tiere, welche Strafe soll das Kaninchen nun bekommen? Da sagte der Wolf, erschießen, erschießen. Ja, ja, jammerte das Kaninchen, erschießt mich, aber wirft mich nicht in die Dornen. Oh, da sagte der Affe, aufhängen, aufhängen, aufhängen. Ja, 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 hängt mich auf, aber wirft mich nicht in die Dornen, wimmerte das Kaninchen. Und das Wildpferd trampelte mit seinen Hufen und sagte, trampeln, zertrampeln, zertrampeln. Ja, ja, rief das Kaninchen, zertrampelt mich, wirft mich nicht in die Dornen. Und der Fuchs sagte, Kopf ab, Kopf ab, denn er freute sich ja schon auf einen leckeren Kaninchenbraten. Und das Kaninchen flehte, ja, ja, Kopf ab, Kopf ab, aber wirft mich nicht in die Dornen. Da sprach der Bär, also Kaninchen, wenn du alle Strafen annimmst, aber nicht in die Dornen geworfen werden willst, dann ist das ja wohl die härteste Strafe, dann wollen wir dich jetzt in die Dornen werfen. Und siehe da, alle Tiere warfen das Kaninchen in die Dornen. Da lachte das Kaninchen, jetzt war es gerettet, denn in den Dornen, da war sein Nest, da war es zur Welt gekommen. Und keines der Tiere konnte es in diesem Nest mehr fangen. Nur eines war wichtig für das Kaninchen, es konnte nicht mehr bei Tageslicht seinen Baum verlassen. Sonst hätte es vielleicht eines der Tiere gefangen. Und wisst ihr was? Seit dieser Zeit kommen die Kaninchen erst, wenn es anfängt zu dunkeln, aus ihren Nestern, aus ihrem Unterschlupf. Und das ist noch bis heute so. Für die Wiesbadener Kinder muss ich gleich mal was sagen. Am Theater, am Staatstheater oder hinten am warmen Damm, wenn ihr da an einem warmen Sommerabend bei Dämmerung einmal rüber geht, dann glaubt mir, das hoppeln die Kaninchen nur so um die Wette. Ich habe sie schon selbst gesehen. Ja, das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Aber wir werden im Januar weitermachen, ich verspreche es euch. Und wenn Corona mal weniger Beschränkungen zulässt, dann könnt ihr vielleicht sogar zu mir in die Mediathek kommen. Schaut ins Programm der Stadtbibliothek Wiesbaden Veranstaltungen und da steht dann drin, ob ihr wieder zu einer Live-Erzählung kommen könnt. Das wäre natürlich ganz besonders schön, wenn ich da bin und ihr könnt dann direkt mitmachen. Aber solange das mit Corona so schlimm ist, machen wir weiter mit den Videoaufzeichnungen. Und im Januar gibt es wieder die neue Folge aus dem Geschichten-Erzähltheater Kamishibai. Tschüss! 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 Tschüss!